Musik Wo sind wir denn? Am Felsenmeer. Und warum heißt es Felsenmeer für ihn hier? Weil so viele Felsen da sind, dass es wie ein Meer ist. Darum heißt es Felsenmeer. Ja, wir haben es zwar im Dunkeln bis zum Felsenmeer noch geschafft. Ist ja nicht weit von uns. Aber es hat jetzt heute Morgen tatsächlich doch schon angefangen zu regnen. Mal gucken, wie wir da jetzt weitermachen. Urlaub ist spitze! Urlaub ist spitze! Urlaub ist spitze! Meine Handschuhe? Äh, weiß ich nicht. Ich habe keiner mitgenommen für dich. Muss die Mama fragen. Aber ich habe keine. Wir nutzen jetzt nach dem Frühstück die Regenpause. Und machen uns gleich mal auf den Weg. Damit wir uns wenigstens das Felsenmeer für die Kinder angeschaut haben. Und stehen hier auf dem Parkplatz so schön, dass es da oben hinter mir direkt startet. Also so viele Parkplätze wie es hier gibt, scheint es hier sonst echt beliebt und voll zu sein. Wahnsinn! Also ein Parkautomaten mangelt es auch nicht. Finja, kannst du gerade mal den Murphy festhalten, wenn der Traktor da kommt? Ähm, 4 Euro Auto, 8 Euro Wohnmobil, 15 Euro Bus. Und dann probieren wir das Ganze jetzt mal aus. Sprache, Tarif. Geil! Das ist halt live. Geht nicht. Warum geht es nicht? Doch, da! Sieht man es? Ich habe mich übrigens schon wieder verletzt am Finger. Wohnmobil. Haus wählen. Bezahlung mit Münzen oder Karten. Oder drücken Sie den blauen Knopf. Mit Münze oder Karte? Ja, mit Karte. Transaktion beendet. Betrag 4 Euro, ich denke 8 Euro. Sieht bitte. Betrag 4 Euro. Nee! Wohnmobil 8 Euro. Automat. Das ist doch schon wirklich der Wahnsinn, oder? Tarif. Das, das. Wohnmobil. Grün bestätigen. So. Karte reinnetzt. Warten Sie bitte. Ah, jetzt steht da 8 Euro. Das ist unglaublich. Ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Ei, ei, ei. Los geht's. Hier am Felsenmeer hat es verschiedene Wander- und Spazierwege von unterschiedlichen Parkplätzen aus. Wir sind jetzt am Parkplatz in Reichenbach. Da starten, da sind wir, und da starten verschiedene Wanderwege. Wir werden uns wahrscheinlich für den Einser entscheiden, weil das Wetter nicht ganz mitspielt. Von dem Felsbergparkplatz startet ein anscheinend wirklich schöner Panorama-Rundweg. Der hätte uns auch gereizt, aber da sind wir jetzt am falschen Parkplatz. Im Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald ist die Erdgeschichte zum Greifen nah. Im kristallinen Odenwald entlang der Bergstraße durchwandert man Gesteine, die einst tief in der Erde beim Zusammenstoß zweier Kontinente entstanden sind. Die Felswände des Buntsandsteins zeigen die Spuren ehemaliger Flusslandschaften und gewaltige Absenkungsprozesse schufen den Oberheingraben und die steilen Hänge der Bergstraße. Ich hab keinen Lust. Na, wieso trägt denn der Papa eigentlich wieder die Mädchenhandtasche hier? Hm, weiß ich nicht. Also für alle, die vielleicht aus einer anderen Region Deutschlands kommen und es gar nicht so auf dem Schirm haben mit dem Felsenmeer hier in unserer Ecke. Man klettert also nicht nur über die Felsen, sondern das ist einfach rundherum eine schöne Ecke zum Laufen und Wandern und Wald genießen. Schön angelegt, schön beschriftet, nicht wie sonst in so manchen Ecken von uns Deutschlands hier, sondern findet man echt gut den Weg. Und wir haben uns jetzt natürlich, weil es gerade doch aufgehört zu regnen, für die etwas größere Runde entschieden und nicht den ganz kleinen Weg. 2006 wurde das Felsenmeer als eines der wichtigsten Geotope in Deutschland ausgezeichnet. Papa, welches Loch ist das? Fuchs oder Maus? Fuchs oder Maus? Dieses Felsenmeer ist ein Gesteinsgerölle aus über 300 Millionen alten, granitähnlichem Melanquartz-Diorit, welches sich durch Kontinentalkollision bildete. Einen großen Stamm gefunden oder besser gesagt ein Sessel. Ein Steinsessel? Ja, ein Steinsessel. Und da können wir uns jetzt ein bisschen aussuchen. Ja, weil ihr das so nötig habt. Ja, wir sind drei kleine Hexen. Tamara, wir machen eine Stallwanderung. Und eine Stallfang. Die gibt's doch auch beim Schlosspass, die kann man essen. Ein paar Gebutten? Nein. Bucheckern? Ja! Im Bereich des Zusammenstoßes schmolz das Gestein auf und wurde zu flüssigem, aufsteigendem Magma. Dieses blieb in einer Tiefe von etwa 12 bis 15 Kilometer stecken und ist dort zu festem Gestein erkaltet. Im Verlauf der nachfolgenden Jahrmillionen wurden die Schichten über dem Felsbergstein durch Regen und Wind abgetragen, bis dieses an der Oberfläche lag. Was noch? Was noch? Ein Rauband. Ein Rauband. Ein Rauband. Ein Rauband. Ein Raubband. Ein Rauband. Mal impressed, wenn ich es dann habe. Ein Rauband. die man hier so kreuzen schneidet da gibt es auch noch einige parkplätze ein bisschen kleinere die sind alle kostenlos und da stehen auch überall die autos also wir haben wieder den gewählt für acht euro aber da habe ich überhaupt kein schlechtes gewissen weil die wege sind so gut gepflegt hier und es muss ja auch alles irgendwie gezahlt werden dass da jemand darum kümmert was alles macht und deswegen finde ich sind die acht euro da wo wir stehen auf dem großen touristenparkplatz am besucherzentrum sozusagen finde ich gut angelegt aber wer möchte kann sich hier auch einen anderen startpunkt wählen und muss nicht den felsenmeerparkplatz wählen sondern kann einfach irgendwo an einer anderen stelle starten hier in die waldwege und zum felsenmeer oder am felsenmeer vorbei wandeln das ist richtig schön hier zu laufen perfektes herbstwetter jetzt richtig schön eine kleine herbst tour wir sind jetzt wieder an unserem wohnmobil angekommen nach einer circa drei kilometer runde wir haben es eigentlich ganz geschickt gemacht dass wir die steilen treppen hochgelaufen sind und den etwas längeren rundweg dann wieder zurückgekommen sind es war jetzt echt angenehm vom laufen diese besondere form der verwitterung kristalliner gesteine wird wollsack verwitterung genannt durch das zusammenwirken von physikalischen kräften und chemischen prozessen entstehen bei der wollsack verwitterung kanten gerundete gesteins blöcke die wie prall mit wolle gefüllte säcke aussehen ursache sie die verwitterungsprozesse unterhalb der bodenoberfläche in tropischen bis subtropischen klimazonen richtung richtung mehr gespült worden oder den berg runter genau berg runter gespült worden und darum kommt es da draußen dass die da so eine richtige spür gemacht und dann gab es wasser und vulkane und dann hat sich in dem wasser haben sich kleine lebewesen gebildet was sind das die wurden immer größer gucken sie sind schon fast so ein bisschen aus jetzt macht der herbstausflug seinem namen auch alle ehre wir haben nebel wir haben regen es wird gerade richtig ungemütlich und wir fahren mal zum nächsten stellplatz und gucken uns den an so jetzt sind wir mal gespannt wo der stellplatz ist ziel auf der linken seite naja anscheinend ist er gleich da ach hier 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 Achtung geschafft vielleicht ist da drüben die so eine säule sind auch stromsäulen meine frau hat wieder alles adlermäßig gleich erkannt bei dem regen will ich ja nicht so weit laufen mit dem klo und irgendwo muss man ja bei fünf personen dauern dieses klo nähern tatsächlich sehe ich auch keine klosäule nur eine stromsäule hat doch da vorne das weiße ding da oder so zwischenstation ganz kurz wohnmobilstellplatz in lindenfels regelt wie sau auch wenn man es gar nicht so doll sieht aber das ist so nieselregen bei dem man ganz schnell doch ganz nass ist ja hier gibt es so ein drachenmuseum da wollen wir aber nicht hin uns geht es einfach nur darum mal kurz das klo zu leeren und das geht ja auf dem wohnmobilstellplatz beziehungsweise machen wir jetzt auch gleich eine mittagspause sozusagen und dann gucken wir wo es weiter geht und ja eigentlich ist ja ganz schön der wohnmobilstellplatz mitten in der stadt gut jetzt ist neblig aber man hat irgendwie eine coole aussicht über die häuserdächer hier und man hat strom und geschützte burgblickhütte zum hinsetzen mit tischlein und ja passt soweit warum nicht als zwischenstation hervorragend ja passt fünf euro kostet wohnmobil pro nacht aber wir machen jetzt hier noch kurz mittagsrast aber ja mit aussicht wie gesagt theoretisch mein ich ja aber jetzt gibt es mal erst mal hier mittagessenzeit oder ja alles klar alles klar alles klar also wir sind irgendwo auf einem wanderparkplatz gelandet und obwohl es regnet haben wir kinder die unbedingt rein raus wollten beziehungsweise zwei kinder wollten raus und dem einen kind und der mama ist kalt die sind mozis die sind mozis und die anderen wollen raus auch wenn es regnet und eine regenparty machen die sind 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 Aber wir fehlen die gewählten. Was gibt's zu essen? Bratwurst mit Kartoffeln. Ey, woher weißt du das? Pusco-Salat, Tzatziki. Butter. Butter für die Kartoffeln. Und Salz. Sagt er zur kleinen Ida. Mama, liest uns was vor. Lief sofort los. Kekse Kekse Hu war nämlich ein Laufspiel, dass Michel sich ausgedacht hatte. So spielte man es. Caro, was machst du eigentlich? Ich räume alles wieder ein. Aber wir haben noch mitten in der Nacht. Ja, aber es tropft. Und es hört nicht auf zu tropfen. Und es hört auch nicht auf zu regnen. Und wir stehen schon schrägen. Wir lassen schon alles ablaufen. Ja, aber wir wollten noch Urlaub machen. Nur zwei Tage. Ja. So ist es mit dem Urlaub immer. Wird völlig überbewertet. Ihr seht, wir hatten also mal wieder richtig Pech. Unser sowieso schon kurzer Wochenendausflug wurde noch kürzer. Blieb uns gar nichts anderes übrig, als die Sachen zu packen. Weil es immer weiter reingelaufen ist. Und nach Hause zu fahren. Und dann in der Nacht und Nebelaktion zu Hause im Hof eine Plane wieder übers Wohnmobil zu schmeißen. In der Hoffnung, dass es da dann nicht ganz so doll drauf regnet. Und irgendwie das ganze dicht bleibt. Was weiter passiert. Erfahrt da irgendwann in den nächsten Videos. Wie wir das wieder in den Griff kriegen. Ist ja jetzt nicht ganz so schlimm. Es ist halt einfach nur total nervig, dass schon wieder was ist. In dem Sinne. Tja. Das war es mit dem Video. Bleibt gesund. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder ein neues Video gibt. Wenn wir mal wieder wegfahren. Wenn mal wieder das Wohnmobil bei uns zu Hause steht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.